Wir brauchen heute nicht mal einen Farbfilm einzulegen. Schwarz-Weiß reicht. Hast du keinen Zappen hier? Ich habe einen Zappen. Ich habe einen Zappen, weil du keinen Zappen hast. Ich habe einen Zappen, weil ich keinen Zappen habe. Dann musst du was anderes nehmen. Dann musst du hier Schneebälle nehmen. Das geht auch. Guck an. Ein Tänchen. Danke an Sissi für das tolle Lied. Wir decken nicht zu, besonders nicht unser heutiges Wandergebiet. Ort der Handlung ohne Lang zu überlegen. Der Landhain und Freiwald zwischen Groß Hartmannsdorf und Langenau gelegen. Was heute so natürlich scheint, hat allerdings eher Plantagencharakter. Wald wird gerodet, aufgeforstet, gerodet, aufgeforstet, aufgeforstet, gerodet, gerodet, gerodet. Und das seit Jahrhunderten. Denn die erzgebirgische Natur wurde seit der ersten Besiedlungswelle im Mittelalter intensiv umgebaut und geformt. Wir freuen uns trotzdem über eine intensiv weiß geformte Landschaft. Ich folge immer dem Führer. Ich folge dafür hin, meine ich. Es ist gar nicht so einfach in den Folgen. Wir haben auch schon viele Folgen gemacht übers Wandern. Ja, und du folgst immer noch nie. Ja, ich bin eben ein Volk. Mitglied des Volkes. Ja, im großen und ganzen Volk das Volk, ja. Das Erzgebirgsvolk, das ist das Schlimmste. Heute gibt es mal Eis am Stiel. Ich habe schon genascht. Du hast schon genascht. Ich habe sogar auch Sanddorn genascht. Sanddorn auch. Sanddorn im Erzgebirge. Gucke an. Gibt es selten, aber es ist vorhanden. Bis im Beutel hören. Bei Nebel und Schnee und Minusgraden fehlt die Farbe im Revier. Glück auf und zu und Halleluja sagen wir dafür. Gucke an. Wir haben uns schärgert. Mai – also T 아무� und Halleluja 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 Halleluja